Ja, grüß' euch Gott beinand und habe die Ehre, gell? Hm, was ist der Ton? Oder hm, was ist der Ton? Na, das ist der Ton. Du warst der geile Hengst, das Griechenschreckgespenst und ständig vom Erfolg bekifft. Oh, yeah! Ein immer kampfbereiterer Anti-Euro-Fighter. Doch heute hast du gar nichts im Griff. Nee, ne? Denn rechts von dir, da steht die grobstahlharte Petri. Der rechte Ecke Höcke und Super-Gauland haben dir eins ausgewischt, am rechten Rand gefischt. Die Frauke findet's geil, darauf ein Petri heil. Armer kleiner Lucke, Populisten-Schnucke, die AfD, die Rucke nach rechts. Armer kleiner Lucke, deine rechte Truppe, wenn ich die so seh, wird mir schlecht. Das ist nicht die AfD, die wir einst gegründet haben. Halten Sie doch mal Ihre Klappe! Er wird wahrscheinlich einfach wie ein Wettvorleger landen. Sogar dem Opa Henkel ging es auf den Senkel. Bei euch ist jetzt der Spaß vorbei. Dein Weckruf, geplant als Flucht nach vorn. Stehst nur auf Taubebohren, die Geister, die dich rief. Das geht meistens schief. Hallo, kleiner Lucke. 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 Chef sein hat wohl nicht so geklappt. Hallo, kleiner Lucke. Denen bist du Schnucke. Pack dein Rucke-Sack und hau ab. Und nimm die Kaktusse auch gleich mit. Äh, ich mein die Kakteen oder wie das heißt. Dann war's das. Ja hoffentlich.